Liebe Zuschauer von NQ-TV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Body Check. Im Gespräch sind wir heute mit John Matsumoto und Kyle Greentree. Welcome. Okay, Kyle, so you guys... Kyle, ihr seid zurück auf dem Eis. Wie fühlt sich das an? It's going fairly well. I mean, our bodies are... Gut. Mein Körper schmerzt zwar etwas, weil das Training hart ist, aber es ist so schön, wieder mit den Jungs zusammen zu sein. It's nice to get into the dressing room with the guys and yeah, it's been going well so far. John, you guys are also... Und John, wie fühlt sich die neue Ausrüstung an? It's not too bad, I think. Nicht schlecht. Vieles haben wir auch mitgebracht. Die Hose und die Handschuhe sind hauptsächlich neu und daran müssen wir uns gewöhnen. Kyle, it's your first time playing in gym. Kyle, es ist das erste Mal, dass du in Deutschland spielst. Wie ist bisher so dein Eindruck? Yeah, it's a great city. Die Stadt hier ist schön und viele winken uns zu, wenn wir vorbeifahren. Es scheinen richtig tolle Fans zu sein und ich kann den Saisonstart kaum mehr erwarten. A lot of people give us waves and they seem like a pretty knowledgeable fanbase. So I'm very excited to start the season and you know, have a successful year. Okay, John, you miss... John, du hast letzte Woche deinen Flug verpasst. Was war da los? Ich habe meinen Flug nicht verpasst. Jäger hat sich im Tag geirrt. Kyle, John und du, ihr habt in Philadelphia zusammengespielt. Was würdest du über ihn als Person und Sportler sagen? Die Wahrheit, ja? Okay. Ich habe mit ihm sogar zusammen gewohnt. Er ist ein toller Kerl, ein richtiger Freund. Er ist schnell auf dem Eis, ein Spielemacher und er findet mich immer auf dem Eis. Sehr positiv. John, so was gibt es Gutes, über Kyle zu sagen? Only the good things, okay. Yeah, he's no great person off the ice. Er ist nett, auch ein Freund. Er hat eine gute Spielübersicht. Er ist groß, geht ran an den Puck. Er hat einen mittelmäßigen Schuss. Nein, nein, er kann natürlich toll Tore machen. He has a decent, he has an okay shot, but he can score goals. So that's really important. Kyle, different question. Kyle, eine ganz andere Frage. Du hast sicher auch ein Smartphone. Was machst du damit und bist du abhängig davon? Yeah, I'm always checking it. I'm always checking out Twitter. Ich bin viel auf Facebook und Twitter und habe zwar nicht so viele Apps, aber es bestimmt schon mein Leben hier drüben. I've only got a couple apps, so I'm on it most of the time. So it's kind of my lifeline over here. What's your favorite app? I like, I'm a big Twitter guy. I don't like to tweet myself, but I'll read a lot of people and I'll sometimes favor some tweets too, so. So John, different question for you too. John, an was denkst du als erstes am Morgen, wenn du aufstehst? Ich überlege als erstes, wann ich im Eistadion sein muss. Aber nein, eigentlich schaue ich meinen Phone nach, nach Nachrichten von meiner Frau oder E-Mails. Sie schickt mir meistens noch eine vor dem Schlafen gehen und die bekomme ich dann hier, wenn ich aufwache. So Kyle, äh, Kyle, sammelst du irgendwas in deinem Leben? I, ähm, I'm an avid, yeah, well, I, I'm a fisherman, so I like... Ich bin ein Fischer, das liebe ich im Sommer. Ich sammle Angeln und Gewehre dafür und fange gerne Lachs im Sommer. So, uh, my passion in the summers is to fish and stuff, so I'm, uh, I like catching salmon, so, yeah. So, do you also dry them and, like, hang them up and stuff? Uh, you gut them and then, uh, you can either put them on the barbecue fresh or, uh, you can smoke them, which is nice too. Okay. John, also a different question for you. So, what is your favorite sort of ice cream? John, was ist deine liebste Eissorte? Uh, Vanille. Absolut, Vanille, da gibt's nichts anderes. Okay. And for you, Kyle? I like the old chocolate chip mint, uh, with a little bit of, uh, chocolate. Ich mag Schokolade mit Minze und Schokoladensauce darüber. Das schmeckt mir. Very nice. Thank you, guys. Liebe NQ-TV-Zuschauer, das war's für heute hier aus der Helios Arena mit Kyle Greentree und John Matsumoto. So, thank you.